Musik 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 « Ich möchte weiteres erwähnen, dass in den letzten vier Jahren, insbesondere zahlreiche einzelne Ausstellungen der Studenten der Kunstakademiei Bukares stattfindet haben. Ich möchte noch einmal sagen, dass in den letzten vier Jahren, die Studenten der Kunstakademiei Bukares stattfindet haben. Deshalb ist es heute eine große Freude, dass wir Gastgeber der Gemälde Ausstellung der sehr jungen Künstler Marius Enescu aus Klaufenburg-Zinn. Ich wünsche Ihnen sehr viel Freude, dass wir die Ausstellung der Kunstakademie der Kunstakademiei Bukares und Marco Garcia in der Österreichischen Handelskammer, Bukaresz-Wennisch. Das hat sich gemacht hat durch die Dr. Martin Stangler, der Bibliothek Ausstriak in Bukaresz, und Dr. Marco Garcia, der Camera de Comerz Ausstriak. Dr. Emanus Enescu absolviert die Art von Liceen in Bukaresz und die Akademiei Bukaresz-Wennische Handelskammer, Bukaresz-Wennische Handelskammer. Dr. Martin Stangler, der oli auch Klaufenburg applications derucazium Künstlerробien und die Akademiei in Bukaresz-Wennische Handelskammer, in 1995-1996, in Cruis. Wir sind in der Bräu Nonten, in der Siebert und Nonten, hat er an eine Reihe von Gruppen aus dem Fernsehen in Piautenburg, Piatra Neanz, in Bucarest, Taiken. In 1993-1997, haben wir eine Reihe der Gruppen, in der Gruppe, Piatra Neanz und Bucurest. Man kann eine Taiename, an dem Vesterberg, Dominus, an der Bucarest, Dominus Galerien, Hemenus. Se mai poate menționa, de asemenea, participarea asta, in 1996, la confinthul Dominus, de la Galeria Dominus in București. Dannenberg, die Urm, in der Siebert und Nr. 19. haben wir Biennale Primare Rai, Skopje, Macedonia, Forteburg. Lucrările sale au fost expuse, in 1997, la Biennalea de Futură, Skopje, Macedonia, Kapania, Anglia și Austria. Schmerz, Hemenescu, für deine Werte gratulieren. Vreau să-ți feliceți, Herr Donor Genescu, pentru lucrările prezentate. Ich möchte Ihnen, in Zukunft, für viele Folgi, und zahlreiche Einzel-Ausstehunger für. Și doresc să-i urez mult succes și multe expoziții personale pe viitor. Vreau să-ți mulțumesc, și cu aceasta expoziția este deschisă. Toate domnul Genescu, adăug să-ți venim pentru vizionare. Vreau 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 să-ți venim pentru vizionare. Iclare turul și poate număs vizionare. Să-ți venim de cândistăi nothing greu unde generally, Vielen Dank.